Musik Hallo Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie recht herzlich zum offiziellen Blumenmädchen Aftermovie des Sputnik Spring Break 2023. Mit dabei ist der Fahrer Olli! Don't drink and drive! Aber Drink and Stau ist ok. Musik Wo fahren wir hin? Wo sollen wir hinfahren? Ja, wo sollst du außer hier? Wir sind immer hier. Das ist ein Schild und da ist so eine Linie. Also mach doch vorne auf, dass du rin fahren kannst. Mach auf die Bude! Musik Ja, genau. Musik Na ihr Lieben! Hallo! Hallo! Hallo Shelly! Hallo! Hallo! Hallo Matti! Wer es noch nicht mitbekommen hat, Sputnik Spring Break 2023. Wir sind am Start und wir haben richtig Bock! So Max, was machen wir jetzt? Wir jetzt Tickets holen! Wie jedes Jahr! Aber ich hab doch schon ein Ticket! Na, wir holen Bändchen! Bändchen holen! Bändchen holen! Guck mal, ist noch ganz leer! Nur die Casio! Ich mach Schleichwerbung für Casio! Bändchen holen! Guck mal, die ganzen Buden, die haben noch gar nicht richtig offen! Ja, da gibt es wieder Rucola-Burger! Rucola-Burger! Burger? Nee, Burger! Wo ist der Burger? Da waren wir nicht zusammen! Wir haben doch Burger! Und ihr seht euch dieses Jahr da drüben, oder? Wend, 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 wend! Da gibt es irgendwo dann Rühreifen! Weil du drüber geklettert bist! Deswegen steht jetzt hier Ordner! Rüberklettert! Boah, das ist echt schlimm, ja! Schön schwindlich nur vom Luft! So, was haben sie denn heute für Socken an? Heute haben wir softe Avocados! Aber es gibt jeden Tag neue Socken! So ist sie nicht! Was haben wir heute für Socken an? Weizenikes! Weizenikes! Oh, schicki! Bin ich so stylisch wie du? Na klar! Ich bin noch nie! Ich bin noch nie da! Ich bin noch kein Kind! Weil wir Monthfehler sein! W daden können! Wie schickst das? Welche Gehreisen! Na klar! Und du hast einfach immer noch denselben Bademantel an. Wie jedes Jahr. Warte, warte, warte. Ne, die Tasche. So, warte, warum liegt dir nicht dran? Warum trägst du eine Maske? Wie jedes Jahr. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hey, good morning, day 2, Sputnik. We need a coffee. Das ist Max sein Frühstück. Das ist Tom sein Frühstück. Das ist Benitos Frühstück. Was gibt es bei dir? Basti? Ja, was lecker ist mit Würzchen. Sehr gut. Darf ich eins? Ja, selbstverständlich. Oli macht gerade einen wunderschönen Kaffee. Wie weit? Da war Wasser drin in dem Bier. Ja, bin ich. Basti, geh mal rein. Nee, jetzt noch nicht. Lalalalalalalalala. Hey, 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 hey. Alle bei der Autoschlüssel. Bei der Autoschlüssel. Das war's für heute. Ich mach Werbung von Hauskasper und er legt am... Sonntag! Da hinten! Da ist er! Erkennt? Fertig! Erkennt ihr die Ähnlichkeit? Ja, da ist er, ja. Ektep! Ektep, wo ist dein Fahrrad? Das hab ich nicht mitgeschaut. Ist nicht da. Leider, leider. Auch nächstes Jahr. Die Ursula, die fehlt. Die Ursula! Die Ursula! Die Ursula! Die Ursula! Hallo! Soll ich ein Witz erzählen? Ich darf vortragen! Dober! Was ist eine Momie! Sabine? Eingemachter Königli... Was? König. Hey, das ist ja noch ein L. Das ist ein Ausrufezeichen, ein eingemachter König. Das ist kein Ausrufezeichen, nicht. Doch, du kannst doch nicht lesen. Was hast du vor? Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum Holz. Nasenohrenarzt. Ja, sorry, dass wir den schon hatten. Ja, all I need are some better days. Ja, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just want to be happy. How to get there, hmm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night. Not okay, all I want and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night. Not okay. Olé! 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 Aber das müssen wir noch ein bisschen üben. So, die Girls und Benito, machen jetzt mal eine kleine Runde. Schön mit den Adiletten hier unten. Nike-Letten, das sind Adiletten. Das sind New Balance-Letten und das sind Nike-Letten. Okay. Meister, ich bin hier. Ich weiß nicht, ich wollte sagen. Also, sage mal. Absolut professionell eingecremt. Was gibt es denn jetzt hier? Was gibt es denn hier? Niki und alles, was du möchtest. Ich hätte gerne die DVD. Hier gibt es noch schöne Platten. Krass. Klavierkonzert, Nummer 2. Das ist ja scharf. Aber es hat ja keiner Geld mit, hä? Kann man hier mit Benchen zahlen? Fertig. Die Wolli. Und der Chef. Oh, Beethoven. Der Chef. Wollen Sie diese Schallplatte? Ich habe leider gar keinen Morgen dabei. Wir hätten auch Payball. Ja, Payball. Dann können wir schönen Grillabend im Garten machen und Opa holt einen Schallplattenspieler raus. Da wird getanzt. Da wird getanzt. Ja, da ist doch Tafani. Musik Musik Na, Schnauze voll Das ist eine heiße Shit jetzt auf dem Festival Das ist ein neues Rest Ender Lecker, lecker, lecker Sputnik 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 Spring Break 23 Um Gottes Willen Dankeschön Danke, dass wir nicht überfahren wurden Musik Es ist... Ganz ehrlich Ganz ehrlich Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen Ich weiß, das klingt bescheuert, aber wir fahren ja jedes Jahr hierher Es ist irgendwie wie nach Hause kommen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020